Geschätzte Damen und Herren, wir begrüssen Sie ganz herzlich zum heutigen Grenzenlos-Fest. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielleicht gerade am Anfang etwas zu meiner Person. Mein Name ist Yolsa Halimi, ich bin 21, ich komme von Buchs und ich habe albanische Wurzeln. Ist das eine spezielle Gruppe für heute oder gibt es diese immer? Diese Gruppe gibt es sicher schon seit 10 Jahren und wird es weiterhin noch geben. Jetzt habe ich sie als Trainerin genommen und nochmals eine und jetzt geht es immer weiter. Was ist es für eine Gruppe, was macht ihr genau? Es ist eine albanische Volks-Tanzgruppe. Wir machen Volks-Tanz, wie wir sie in Kosovo und Albanien machen, machen wir sie in der Schweiz. Kannst du das noch, du mit deinem Wallenstatter-Dialekt? Ja, sicher. Aber eigentlich bist du in der Schweiz aufgebaut, eigentlich bist du Schweizerin. Aber du pflegst gleich die Kultur, die pflegst noch. Ja, ich weiß halt, dass die Kultur immer noch vorhanden ist. Dass man immer noch etwas von sich hat. Weil schlussendlich ist es für uns Heimat. Das ganz Wichtigste, was wir heute hier sehen, ist es hat ganz viele Kinder. Wir müssen wirklich schauen, dass wir auch politisch immer daran denken, dass der Kind gut gehen muss. Der Kind muss jetzt gut gehen und der Kind muss zukünftig gut gehen, wenn sie ins Arbeitsleben eintreten. Und was ich auch noch sehr gut finde, ein sehr guter Begriff, wie das Stadtfest genannt wurde, und zwar grenzenlos. Grenzenlos bedeutet nämlich, dass wir keine Barriere haben. Dass wir alle zueinander schauen können. Dass wir eine Gesellschaft sind. Egal, woher wir kommen. Egal, was wir glauben. Egal, welche Hautfarbe wir haben. Wer wir lieben. Wir sind alle in dieser Schweiz. Wir sind alle in dieser Stadt. Buchs jetzt heute hier. Und das ist die neue, multikulturelle Schweiz. Und die muss man wertschätzen. Und da muss man ein sehr gutes Zusammenleben haben. Das ist die neue Flint-화 aufmerksamkeit. Musik Musik Paul Rechsteiner hier in Bux beim Begegnungsfest, was war der Grund, um nachher zu kommen? Es ist eine sehr positive Sache, die Begegnung von vielen Kulturen, die in Bux im Werdenwerk leben. Und Bux hat da etwas zu bieten. Bux ist ja nicht bloß die Energiestadt Nummer 1, die Gemeinde, die die beste Bilanz energetisch aufweist, sondern es geht auch mit dem Anlass, mit dem Begegnungstag, wo verschiedenste Kulturen, die hier leben, wohnen, geht auch voran. Und es ist im Kanton St. Gallen sicher bemerkenswert. Multikult ist gescheitert, das ist ein Flügel, das Wort von Angela Merkel. Wie sehen Sie das in der Schweiz? Wir haben ja auch viel Multikult, nicht nur das Bux, natürlich auch ganz an anderen Orten. Wie sieht das aus, Multikult in der Schweiz? Gut, die Schweiz ist ja ein Land, das schon vielfältig zusammengesetzt ist. Von Grund auf sind ja verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, die die Schweiz ausmachen. Und das hat sich nochmal ganz stark verändert in den letzten paar Jahrzehnten und ist ein Teil vom Reichtum der Schweiz, dass das so ist. Eine starke Integrationsleistung in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft. Da ist viel gelungen und bedeutet einfach auch, dass man das auch schätzen muss. Entsprechend und Bux hat es da jetzt doch auch gezeigt, dass wir das auch zeigen und die Begegnung auch leben. Eine letzte Frage, eine politische Frage. Ich war gerade letztens im Bundeshaus gewesen und da kommt es mir nochmal ein bisschen vor. Wir haben ja wirklich viele Multikulten, wir haben viele eben auch mit dem ausländischen Pass. Die dürfen nicht stimmen und nicht wählen gehen. Wären die in anderen Ländern, zum Beispiel zu Hause, könnten sie das. Ist das irgendetwas, was man politisch mal aufs Tapet bringt, damit man vielleicht auch mehr Wähleranteile hat? Oder wie sehen Sie das? Ja, Sie sprechen da den kritischen Punkt an. Die Integrationsleistung der Schweiz, wirtschaftlich ist enorm, auch gesellschaftlich ist ganz gross. Aber politisch in diesem Punkt sind wir hinten dran. Es ist ja Ewigkeit in der Schweiz gegangen, bis die Frauen haben stimmen bis 1971. Bis dann endlich das Mann, das Volk so wie war in der Schweiz. Und auch bei uns sind halt leider in Bezug auf die Integration politisch die Hürden für Einbürgerungen immer noch wahnsinnig hoch. Eigentlich ist es ein untragbarer Zustand, dass über ein Füftel der Bevölkerung, dass die kein Stimm- und Wahlrecht haben. Obwohl ein grosser Teil von ihnen ja schon ewig lang hier leben. Auch viele von ihnen sind da in der Schweiz geboren, aufgewachsen, leben da und gehen da der Arbeit nach und die Halle steuern. Also von daher ist die politische Mitsprache ein Gewad von der Stunde und die Einbürgerung, sicher eine offene Einbürgerung, auch ein Mittel dazu. Durch die Multikultivistik, du hast urbanische Wurzeln, bist du an den Buchs aufgewachsen. Als was fühlst du dich dann? Ein bisschen als beides. Also ich bin schon seit meiner Geburt in Buchs, wohne schon immer da. Aber natürlich habe ich ja auch meine Familie in meiner Heimat, wo ich auch sehr stolz bin. Ich finde es immer schön, dass man sagen kann, man ist beides. Und hinter dir steht ein Gericht, der Mr. Dallas, gell? Wir haben 88 Nationen hier. Ich finde es ein bisschen eine Schande, dass man nicht viel schneller eingebürgert werden kann, dass man beide eine Nationalität hat. Wie siehst du das? Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, aber eine gute Frage. Ich selber bin im Jahr 2015 eingebürgert worden. Und es ist ein langes Verfahren, das stimmt. Und ich habe mich dort auch ein bisschen, ja, also ich habe halt das Gefühl gehabt, ich fühle mich hier zu Hause und ich bin hier geboren. Also ich liebe Buchs und ich liebe die Schweiz und ich liebe, ich interessiere mich sehr für Politik. Und ich wollte halt auch abstimmen und entscheiden, was in unserem Land passiert. Und dann ist es halt doch zwei Jahre gegangen und es ist schon eine lange Zeit. Also ich finde, man sollte den Prozess schon ein bisschen kürzen. Ja, ich finde es super, dass da so viele verschiedene Kulturen und Spezialitäten aufeinand treffen. Und ich finde es auch schön, dass man da ganz viele verschiedene Essenspezialitäten probieren kann und auch ein bisschen in die Kultur hineinschauen kann. Ich finde es auch super, dass da so viele Kulturen zusammentreffen. Jetzt läuft auch wieder mal etwas in der Buchs und man kann auch zeigen, wie viele Facetten eine Buchs haben kann, wenn einfach alle Leute sich treffen und miteinander den Tag verbringen und ihre Kultur teilen. Und ich finde, das ist ein schönes Fest. Und ich bin froh, dass ich schon das dritte Mal dabei bin und ich kann immer noch positive Eindrücke hier sammeln. Ja, Sepp, du organisierst das Fest grenzenlos. Ist das noch schwierig, die verschiedenen Kulturen hier zusammenzubringen? Das Zusammenbringen von der Kultur ist eigentlich kein Problem. Das läuft recht gut, was ein bisschen schwieriger ist, bis man dann alles koordiniert hat, bis man das Fest wirklich im Laufen gebracht hat. Also es hat gleich noch die eine oder andere Spatschicht gegeben die letzten paar Wochen. Aber so ab gestern hat man dann gesehen, die Vereine, die arbeiten zusammen, die stellen das Fest auf die Beine. Und heute Morgen, wo die Leute kommen, wo die Leute da umeinander laufen, wo es zu essen gibt, zu trinken gibt, ist das Fest im Laufen. Und dann sieht man, dass es eben funktioniert hat, dass alle miteinander zusammengearbeitet haben und das Fest dann auf die Beine stellen können. Eine riesige Freude, dass man sich zum Multikulti bekennt. Aber wir haben ja 88 Nationen in Bux, weisst du, darum meine ich auch. Ist es schwierig, dass man dort nicht nur eine vergisst oder alle gleich wertschätzt? Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Nationen das es dann hat. Und bei uns, also in unserem Fest sind viele, sind wirklich einfach so eine Gruppe von Freunden, die sich zusammenschliesst, um da an diesem Fest mitzumachen. Also nicht ein Verein im eigentlichen Sinn, sondern wirklich eine Organisation von ein paar Leuten, die miteinander zusammenarbeiten. Und die finden sich. Und weil sie freiwillig kommen, weil sie das gerne machen, weil sie eben ihren Beitrag zum Fest leisten wollen, funktioniert das erstaunlich gut. Also das Zusammenarbeiten, das ist nie ein Problem unter den Vereinen. Es gibt keinen Streit, keine Neidigkeiten, sondern das funktioniert sehr gut. Ganz weit weg, als im Kantonsrat bist du, also ganz weit weg von hier nördlich gesehen. Ist dort jemand, was das Multikulti betrifft, ein kleines bisschen kälter, schon wenn es nördlicher ist? Oder müsste sich noch etwas sich ändern, politisch? Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es interpretiert, das mit den Temperaturen. Viel hat es ja dann auch zu tun mit der Sitzverteilung im Rat und alles. Aber im Grossen und Ganzen, die Integration im Kanton St. Gallen ist übers Ganze gesehen auf einem guten Weg. Es gibt dann einzelne Sachen, wo es ganz unterschiedliche Meinungen gibt, wo man dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit braucht. Also es geht dem einen oder anderen gut, wenn er mal da durch das Fest durchlaufen würde und gesehen, wie die gelebte Integration eben aussieht. Also dass man nicht auf das Heimatland, auf die Kultur, die man mitbringt, verzichten muss, sondern dass die eben auch Platz hat in der Schweiz, in Buchs und auf der Bahnhofstrasse. Also dass man nicht auf das Heimatland, auf der Bahnhofstrasse. 40 Begegnungsfeste, stand ich gut an den Stadtpräsidenten. Was bedeutet das für dich? Ja grundsätzlich mal freut es mich natürlich, dass so ein Anlass vielleicht zu einer Tradition wird, was ich sehr hoffe. Viermal ist immerhin schon ein sehr guter Anfang. Und was es echt bedeutet, ist natürlich das, was dahinter steckt, dass sich eben die Menschen treffen, Menschen, die vielleicht zwischenzeitlich auch mal Probleme haben miteinander. Sei das Schweizer, Russländer, Ausländer, Schweizer, Ausländer gegeneinander, da gibt es ja alles, den Alltag kennen wir und darum ist es umso schöner, dass mir da heute sich dessen wieder einmal bewusst wird, dass wir eigentlich eine grosse Gemeinschaft sind, dass sie Gemeinschaften aus vielen einzelnen Individuen und bei uns auch aus 88 Nationen, die im Buchsitzig wohnhaft sind im Moment, sich zusammensetzt. Weisst du, Angela Merkel hat ja mal gesagt, die Multikulti ist gescheitert. Buchs ist Multikulti, siehst du das anders? Ist es gescheitert? Nein, aber ich sehe das eigentlich anders mit dem Multikulti. Also ich finde erstens einmal, wir sind nicht einfach irgendeine beliebige Multikulti-Gesellschaft, sondern wir sind eine Buchsengesellschaft, die grossen Wert darauf legt, dass der soziale Frieden und das soziale Zusammenleben von verschiedensten Menschen, von verschiedensten Ethnien, von verschiedensten Nationen, dass es eben sehr gut weiter funktioniert. Ein Aspekt von dem oder ein Ausdruck von dem ist jetzt zum Beispiel eben auch, dass die Stadt Buchs offiziell das Fest mit unterstützt, finden wir ganz wichtig und dann müssen wir auch sehen, was für Menschen das da sind. Es sind ganz viele, ganz verschiedene Menschen, viele Menschen sind auch gekommen, weil die Wirtschaft sie braucht, die sind gerüft worden, die sind nicht einfach irgendwie gekommen und sitzen uns jetzt nicht auf der Tasche. Das ist bei weitem nicht so, wie das, was immer kolportiert wird. Also wir sind eine Gesellschaft, mein Kollege im Stadtrat Heinz Rotenberger hat es sehr schön gesagt, wir sind eine Gesellschaft, die mit dem Tor zum Osten natürlich eigentlich eine langjährige Tradition hat, dass wir da ein bisschen ein Schmelztiegel sind. Da sind immer Welten eigentlich zusammengekommen und die Menschen haben es bis jetzt geschafft, da miteinander zu leben und ich hoffe, das ginge dann weiterhin ganz gut so.